Hallo und herzlich willkommen zurück zu CitySkylines. Wir haben letztes Mal Ölproduktion, also wir haben unsere Spezialgewerbegebiet 1 davon zumindest neu gebaut und normales. Warte, habe ich jetzt Gewerbegebiet, wie gesagt? Wir haben unser Spezialindustriegebiet gebaut und noch Gewerbegebiete, Sorum. Ja, wie auch immer. Hier haben wir, was haben wir hier eigentlich geplant? Gar nichts. Stimmt, wir waren dabei. Was habe ich hier gemacht? Was genau habe ich hier gemacht? Entfernung zu gering. Soll ich nochmal abreißen? Und neu bauen. Äh, ja. So irgendwie. Hätten aber noch nicht. Ja, gefällt mir besser. Ja, ich glaube, das ist da hin. Ja. Ja, ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist okay so. Haben wir, ach ja, haben wir hier auch schon vier Abstände genutzt? Ja, haben wir. Nur oben hier nicht, na? Wo haben wir die nicht genutzt? Ah ne, hier haben wir die nicht genutzt. Hier hatten wir die nicht genutzt. Hier habe ich hier alles nochmal neu gemacht, weil ich vier Abstände genutzt hatte. Und es dann aber hier nicht mehr zwischen reingepasst hat, weil, naja, die ganzen Abstände hier drüben so klein waren. Was soll's. So, äh, hier machen wir das jetzt mit vier Abständen. Also vier Pixel Abstand. Ich könnte natürlich auch mehr machen, aber ich glaube, mehr bringt's nicht. So. Uh, was ist da drin? Können wir schon irgendwie drin. Okay. Ja, ich glaube, hier sollten wir dann nochmal einen Park machen, großen. Aber wenn wir hier schon einen haben, würde ich den dann einfach hier hin packen. So, vielleicht noch einen Friedhof da hin. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Krematorium müssen wir auch noch irgendwie dazu packen, aber... Okay, ja, der Kreisel gefällt mir tatsächlich da. Den hätte ich ganz gern da gelassen. Ähm, nee, ich gucke mal hier nochmal ein Krematorium hin. Aber wenn die... Ah, die haben alle keine Strom, ne? So, jetzt haben die theoretisch Strom und... Ach, du Schande. Ich vergaß, dass hier mal eine andere Stadt war. Ja, ich, äh, ignoriere das einfach. Da ist irgendwie, wie ich ja fast gekommen bin. Ja, das Altbestand von Leitungen müssen wir einfach nutzen. Ich mach da jetzt auch nicht groß drum rum. Ich hoffe, das reicht hier. Ja, gut, okay. Da, wir könnten jetzt hier nochmal... Sondern wir machen hier noch eine Querverbindung. Dass, falls irgendjemand mal ins Wasser ausgeht. Hier drüben, falls die Leitung aufgerissen werden muss, dass wir da abgesichert sind. So, wir waren eigentlich hier unten dran, das zu erweitern. Wir brauchen tatsächlich immer noch... Das erstaunt mich halt ein bisschen. Aber keine Arbeitskräfte hier. Vier überqualifizierte Arbeiter. Wir haben... Die sind zugebildet dafür. Für... Was bräuchten wir? Ja, wir bräuchten mehr unqualifizierte Arbeiter. Eigentlich brauchen wir das nicht. Die müssen da eigentlich nur... Wir haben zwar Bedarf danach, nach Gewerbegebiet, aber eigentlich brauchen wir gar kein Gewerbegebiet. Aber eigentlich brauchen wir gar kein Gewerbegebiet. Ja, habe ich, okay. Äh... Ja, ich könnte hier eigentlich kaum machen. Spricht da nichts dagegen eigentlich. Das sind nur Büros. Das sind nur Büros. Stimmt, die haben wir diese... Die... Notunterkunft gebaut. Die echt nicht viel bringt, wenn die dann der Stelle ist. Aber was soll's. Wenn ein Meteorit kommt und der hier drüben irgendwo einschlägt, dann macht das keinen Unterschied. Um ehrlich zu sein. Aber was soll's. So. Ja, da muss ich noch viel haben. Also, dass das jetzt auch nicht merkt, wo ich... Manchmal funktioniert's, manchmal funktioniert's nicht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ressourcentechnisch. Ich glaube, wir sind fast da. Ja, also das bisschen Öl hier, das ist mehr... Ich glaube, ich mach jetzt noch eine Straße und dann war's die letzte. Für das Gebiet. Ich mach hier ne breite Straße. Oh, weißt du, warum sind wir im Minus jetzt? So, und dann mach ich... Die Straße sind ja erstmal alle weg. So. So, von hier aus... Ich will hier ausmachen, oder... Also, ich muss jetzt gucken, ob das ruhig nicht die Straße ziehen kann. Eigentlich kann ich so machen. Schön ist das aber nicht. Masu. Ich mach jetzt einfach mal so. So, und dann haben wir hier ja noch die Wehrdinger, die wir machen wollten. Oder sollten. Ich mach jetzt einfach mal in den Punkten hier. Ich mach hier. Das ist jetzt falsch. So. Ja, haben wir 1,5. Dann hier im Prinzip 2 und dann 1. Ist okay, glaube ich. So. Ach so, hier wieder hier noch eine. Und hier noch eine. Und hier brauchen wir keine. Okay. So, dann... Hier drüben. Ich brauch halt tatsächlich eigentlich noch mehr von dem Gebiet hier. Das nervt mich. Ja, das Strom wird auf jeden Fall nicht rüberreichen. Ah, ein Krematorium können wir hier hinbauen. Das... deckt zumindest ein bisschen mehr Bereich ab dann hier unten. So, dann... Feuerwehrtechnisch. Ja, sieht auch nicht gut aus hier unten. Das Ding ist, ich will ja das Feuerwehrhaus eigentlich hier irgendwo hinbauen. Damit es möglichst viel Range hat. Also hier so. Gleiche gilt für Polizei und Schulen brauchen wir hier nicht. Aber wir können was machen. Können es halt hier einen Parkplatz hinpacken. Macht die Leute dann auch noch glücklich. So, und dann Autobahnauffahrt natürlich. Ah, wartet mal. Äh, das hab ich nicht bedacht. Das hab ich nicht bedacht, dass ich hier dann so viel Querkreuzung hab. Das stimmt. Eigentlich hätte ich hier nochmal eine Straße gebraucht. Ah, das ist jetzt doof. Was wir machen könnten, wir könnten die hier zum Viersprüngen upgraden. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das geil finde. Ich mag ja meine günstigen Straßen. Ähm. Ja, weißt du was, wir probieren es einfach. Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Ja, dann machen wir zwei. Zwei Stück. Und theoretisch könnten wir jetzt von hier ausgehend einen Tunnel machen, oder? Ich mag den ersten Tunnel oder Tunnel oder Brücke. So, wir könnten jetzt natürlich von hier noch da anschließen, theoretisch. Ah, nee. Weißt du, was ich machen wollte eigentlich? Stimmt. Ich weiß es wieder, glaube ich. Vielleicht. So, hier brauche ich nicht ganz so viel Abstand vielleicht. Ah, so viel reicht. Ich wollte es so lösen, nämlich. Äh, ich weiß nur nicht, an welchen Stellen ich das jetzt mache. Ich weiß es an den Stellen hier. So, Autobahn drücken. Und. Wo haben wir das jetzt? Da haben wir es um eins. Ja, hier oben wird halt sehr schwierig, weil da die Autobahn schon wieder im Weg ist. Aber hier sollten wir noch hinkriegen. Oder? Kriegen wir hier nicht hin. Ah, schwierig. Die Crowley-Brücke. Äh, ist so schwierig. Ja, das... Theoretisch geht es, glaube ich. Ja, nicht ganz. Wenn ich jetzt aber die... Oder kann ich hier einen Tunnel vielleicht machen? Nee, ich glaube, ein Tunnel ist auch nicht schneller. Oder besser. Ja, ich glaube, ich müsste... tatsächlich das hier ein Stück anpassen. Minimals. Ich möchte halt hier hoch. Da geht. Okay. So, und dann können wir das jetzt schon mal erstmal abreißen. Und dann können wir hier noch Auffahrten ran machen. Und das passt alles. Äh, wobei will ich die Auffahrten hier schon machen nun? Doch, eigentlich schon. Aber eigentlich... Doch, eigentlich kann ich... Weiß ich, wo die Dinger weitergehen. So, ich möchte hier... Hier möchte ich dann tatsächlich eine... Äh, wieder sowas hier bauen. In die Ecken rein. So kleine Siedlungen. Äh, oder haben wir hier irgendwelche Ressourcen, die wir abbauen müssen? Nö. Genau, und dann können wir da das nämlich nächstes Mal rein machen. Wir brauchen schon wieder Industrie. Aber... Das ist halt Bürogebiet bei mir. Es gibt kein Industriegebiet eigentlich mehr. So, Häuser wollen die auch. Haben die echt alle Häuser hier besetzt? Wow. Der meint normal. Ich muss dann vielleicht tatsächlich hier doch noch ein... Gut, wir haben hier oben ja noch genug Platz für Häuser. Aber an sich, äh... Wollte ich hier oben oder auch... Wollte ich hier Häuser um? Ja, schon, ja. Aber wir sollten vielleicht so ein Industriegebiet hier noch irgendwo zwischen reinpacken. Hier haben wir die zwar zwischen drei... Drinnen haben wir gemacht. Das fand ich aber nicht gut, weil die Lärmbelastung haben. Äh, und ich will ja unsere Leute nicht stören. Und deswegen habe ich die jetzt hier separat gemacht. Aber vielleicht machen wir dann hier wieder... Den hier. Hier so. Und hier machen wir nochmal Häuser an dem Wasser. Hier machen wir noch ein kleines Wohngebiet. Hier. Wir müssen hier natürlich auch wieder hergehen. Ja, wobei... Mit der Bahnsteige macht es vielleicht sogar Sinn, das so zu lassen. Dann die Bahnsteige nach unten zu legen. Bahnhof hinzupacken. Fertig. Und die zwei bleiben dann gerade. Ah, mir gefällt es nicht, dass das hier... Ich glaube, wenn, dann müsste ich dann... Das hier machen. Ich glaube, ich müsste es da machen. Achso, ich wollte es nur machen wegen den... Äh... Wegen den Auffahrten, damit ich die Abstände weiß. Eigentlich ist es aber auch egal. Die Straße soll auf jeden Fall nicht so sein. Äh... Auffahrten. Na ja, ich muss hier eigentlich die Auffahrt 4 machen. Das ist zu nah dran wieder. Auffahrt. Ich glaube, wir kriegen hier 3 hin. Oder? Na, hier ist es auch wieder schwierig. Abfahrt. Und dann da wieder auffahrt. Aber dann ist es da nervig. Das ist hier noch ein bisschen weiter auseinander. Und da eine Auffahrt drin. Ich glaube, es ist okay so. Ja, hier haben wir mal die... Hier ist es halt näher... Also weiter auseinander hier. Ich glaube, das macht schon strukturell Sinn. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Also die fahren halt hier rüber, um dann hier jetzt raufzufahren und weiterzufahren. Aber warum nicht? So die Stadt, äh... Ich erweitere. Gib dem nochmal Wohngebiet. Was soll's? Und die Freien mache ich hier. Wohin mache ich das? Mache ich wirklich jetzt zwei Dinge? Oder mache ich dann... Vielleicht eins in die Mitte und rechts und links Wohngebiete? Also hier möchte ich auf jeden Fall Wohngebiete haben. Hier außen. Aber... Ob ich jetzt rechts... Weiß ich nicht. Weil ich mache hier halt niedrig... Niedrige Wohngebiete. Was heißt niedrig? Die sind halt... Ja... Stimmt, hier hätte das eigentlich hier hingehört. Aber ja... Ich weiß, warum ich das da... Ist egal. Ähm... Ja, ich glaube, hier machen wir dann wirklich so... So einen Bahnhof hier noch hin. Könnten echt die Züge noch ein bisschen nutzen, vielleicht. Oh Gott, da ist Müll. Nee, das ist Kriminalität. Ist da keine Polizei in Range? Oh nee. Hier... Da muss ich eine eigene Polizei bauen für. Und wahrscheinlich auch eine eigene Feuerwehr und einen eigenen Arzt. Und ein Krematorium. Eine eigene Arztpraxis und... Und Feuerwehrwache. Aber nur eine Wache. Keine... Keine große... Das sollte eigentlich reichen. Weil... Wir müssen ja hier nur die... Äh... Das Gebiet abdecken. Das reicht, ja. Klar. Weil... Weil hier... Die müssen... Ja, klar. Die Feuerwehr müsste jetzt... Die könnte zwar hier auffahren... Dann... Ja, hier könnte er auch nicht drehen. Die kommt nicht auf hier rüber. Doch, die könnte... Die könnte hier lang fahren. Dann hier lang. Dann hier rüber. Dann hier drüber. Und dann abfahren. Ja, gut. Ne? Das ist... Das ist natürlich... Äh... Das ist eher doof. Äh... Gut. Äh... Dann würde ich sagen... Äh... Nächstes Mal schauen wir mal, was wir hier mitmachen. Wie wir das... Äh... Aufteilen. Ob wir das hier nochmal wegmachen. Und das in die Mitte machen nur. Weil ich habe so das Gefühl... Wir brauchen zwar noch, aber... Ich weiß nicht. Hier möchte ich auf jeden Fall... Äh... Kleines Wohngebiet machen. Gut. Dann würde ich sagen... Äh... Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.